ich zieh einfach extrem lange walkout direkt das erste dicker spanien blau ja ja blau komm schon mach keinen scheiß walkout petro leon ja ja kommt schon italiener wie ist das stürmer doch die mobile 93 walkout was kostet der schlingel oder geht aber auch direkt für 500.000 ist da noch drauf ja also der hier wird darauf geboten 432.000 das ist eine 93 walkout schmeckt für seinen glückwunsch dinge danke aber es sind zwei dicke stern schnuppen alter argentin ja mich nicht damit doch die maria war mit schwanz also ich habe das letzte mal schon gesagt aber wenn ich angenommen ich würde ein schwanz pack machen ich weiß nicht wie ich das machen soll da muss er hart sein damit ich auch drücken kann weiß wie ich mein nein du kannst jetzt einfach so matschig mäßig nehmen und dagegen drücken oder was das ist aber das ist schwanz über finger pack ja schwanz über finger ich habe kein interesse dran 125 k-sets sind da 20.000 stück freunde let's go kommt schon was haben wir da argentin ja die baller oh mein gott digga mein herz ikadi 94 auch geil ich habe aber für moment auch mein herz für moment habe ich gerade gedacht die baller alter ist ja heftig gewesen digga aber ich glaube ikadi dann da dürfen wir uns nicht beschweren ich schaue mal ganz kurz was kollege schnüschuhe kostet ja 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 94 ikadi im ersten pack direkt wieder im ersten pack direkt digga gefällt dir das messe war die verbindung ist hier wieder auf dem teams wie gerade ganz schlechte verbindung für die leute mit dem walkouts und blauen dann krieg dich hat ich zieh gleich lang ja das glaubst du selber nicht digga warte ab oder mertens der gold junge ok oh walkout kommt schon franzose blau wieder blau wer ist franzose digga btf nee gar nicht wahr das ist doch das franzose wer ist das im verteidiger wahrscheinlich holländer digga die 88er anzeige ist raus digga wahrscheinlich franzose aber französische flagge und holländische flagge ja kann man auch mal denken was kostet der wichser ja boi nicht mal 50.000 oh walkout kommt schon spanier das kann ja eigentlich sein nee busquets oder was oder fabrikas was haben wir da iniesta ja ist in ordnung digga ist in ordnung 88er iniesta komm schon walkout bitte ja blau ja italiener wieder glaube ich komm mach chelini klar mach chelini klar oh yeah bestelf insignia issta 94er gefällt dir das bis 99 tempo freunde der gepflegten unterhaltung geil oh ja und da kommt auch noch mal 30er rein so so viel zum thema aus dem zimmer habe ich schon wieder vergessen digga glückwunsch glückwunsch danke was kosten der ficker schmackhaft digga ja eh das tut mir auch leid es verengt sich auch wirklich gleich digga das merke ich auch aber er zieht ja auch gerade keine packs was will er jetzt von mir hätte er jetzt gezogen hätte er den vielleicht bekommen weißt du wie ich mein oh komm schon was raus komm schon so versprochen ich hab gesagt ich geh raus digga so 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 guck wieder aufm chat so warte wo ist der chat da ist der chat nice nice oh mein gott help me get wrecked haaa bro help me help me oh mein gott help me nice gg gris männchen den hätte ich gerne noch vor zwei stunden gefühlt gezogen denn da war er noch blau ja gerade passiert auch nicht mehr viel ich ziehe jetzt nochmal bis 30.000 runter live stream kein walkout oh hä doch einen blauen aber ein 87er hier den kaldara 87er ich glaube das ist der einzige sieben das gibt es auch nicht walkout ja 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 einen einzigen 87er gibt es das stimmt ja genau da den kann man eigentlich theoretisch gesehen schon abstoßen den will halt keiner haben egal ich hauen einfach die so komm schon gib mir noch einen walkout EA bitte please walkout ja dr harry auf jeden Fall komm schon komm schon komm schon nein wo lang digga wo bist du wo bist du So, Bessif, guckst du nebenbei? Ich gucke nebenbei, jeppach. Dann musst du mir jetzt folgende Fragen beantworten. Okay. Ist das ein blauer? Yes, ist es. Ist es etwas, worüber ich mich freuen würde eventuell? Also ich persönlich würde mich freuen. Ob du dich darüber freust? Das weiß ich noch nicht genau. Hat ein höheres Rating als 90? Er ist genau auf 90. Oh, korrekt. Der Donner, der aber auch. Schauen wir mal, was er wäre, der Stinger. Er ist ja relativ beliebt. 19-Jahr-Torat? Obwohl, jetzt hat er geholfen, passen wir ihn. Wieso? Ja, der hat erst irgendwie gesagt, er will unbedingt bei AC bleiben. Jetzt hat er aber Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Ja, aber jetzt hassen ihn irgendwie alle. Ja, walk out. Ich gehe wieder raus. Komm schon, Digger. Okay. Komm schon. Okay. Das gold. Oh. Zwei Stück noch, Freunde. Wir machen hier beide mit Fuß. Mit Käsemauke. Komm. Käsemauken-Walkout. Ja, Käsemauken-Walkout. Komm schon. Was blaues, please. Nee, schade. Aber wenigstens mal ein Käsemauken-Walkout. Vielleicht noch mal Pogba hier auf Krampf? Nee, Torwart, nee, den Löhrer ist hier. Direkt ein Walkout. Komm schon. Äh, Matze? Nee. Blau. Komm. Was für eine Flagge. Keine Flagge. Wer ist denn das da, Digger? Keine Flagge mehr, Seth? Keine Flagge. ZM. Wart mal. Oh, Hamschick. Ich glaube, Hamschick, oder? 94er Hamschick. Ja, boin. 94er Hamschick. Easter. Ja, ha, ha, ha. Tick, ding. Ja, Mann. Oh, Digger, der hat auch krasse Stats, Alter. Der lädt mir noch das Resettchen bun. Alter. Hamschick, Digger. What the fuck. Hamschick, Digger, der Ficker. Und der kostet, Kosta, Quanta, richtig viel habe ich im Urin, Digger. Und auch mal Akkordios. Oder wieder ausgesprach. Okay, die aussprechen. Aber zwei Walk-Ons an einem Pack. Was kostet er hier? Oh, ja. Über eine halbe View. Ja, 600.000 wird drauf geboten. Später einfach noch was anderes. Oh, Walk-Out, Digger. Oh, Argentinier. Komm, Blau. Ja, bitte. Störmer, Störmer, Störmer. Mach Störmer, Digger. Mach Störmer. Inverteidiger. Scheiße. Na ja, egal. Schon wieder die Friede, ne? Ja, ja. Ne, Fasio. 88er. Okay, okay. Ja, der ist auch mit drin. Ja, ja, ja. Schade. Aber gut, wir haben wieder einen blauen. Ah, dem fließt auch gar kein Argentinier. Ja, ne, ne, ne. Oh, Walk-Out, kommt schon. Blau. Ja. Welche Flagge? Oh, Argentinier kommt schon. Mach kein Auge. Oh, Innenverteidiger. Oh, das ist auch mit 40 Tempo. Läuft langsamer als meine Oma. Ich suche mal fucking Fasio. Ah! Fasio, du Arschgeburt.